In seinem Grußwort zur Einweihung des renovierten Studios in München ist der Geschäftsführer der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien auf das Digitalradio eingegangen und die Vorreiterrolle, die Radio Horeb hierbei einnimmt. Er hat dabei ausgeführt, dass die Zuhörer unserem Radio außerordentlich treu sind, so wie man das bei kaum einem anderen Radio kennt. Außerdem hat er ausgeführt, dass man bei einem Sender mit christlichen Inhalten jetzt nicht erwarten würde, dass es in technischer Hinsicht so gut aufgestellt ist, der sogar eine Vorreiterrolle einnimmt. Wesentlich früher als viele andere waren wir im Internet unterwegs und wir haben von Anfang an auf das Digitalradio gesetzt. Er bezeichnet es als eine große Vermarktungsleistung, dass wir 60.000 Geräte an den Mann, an die Frau gebracht haben, mit einem voreingestellten blauen Druckknopf, sodass man gleich den richtigen Sender, das man Radio Horeb findet. Und wenn ich dann sehe, dass Sie bisher so viele Geräte an den Mann und die Frau gebracht haben, dann ist das auch eine große Vermarktungsleistung. Warum ist das für uns so wichtig? Wir sehen in Digitalradio einen wesentlichen digitalen Verbreitungsweg für die Zukunft. Er ist für die Sender kostengünstiger als die UKW-Verbreitung. Er ist für die Hörer im Gegensatz zu Internetradio auch kostenlos. Er ist problemlos, mobil zu empfangen und keiner von Ihnen muss deswegen mit irgendeinem eine vertragliche Bindung eingehen. Deshalb ist Digitalradio in besonderer Weise geeignet, auch die Zukunft des Radios, wie wir das von der UKW her kennen, in die digitale Welt zu tragen. Und Sie als Digitalradio Horeb-Hörer sind sozusagen gleichzeitig auch technische Pioniere. Dafür an dieser Stelle auch mein Dank an Sie als Hörer. Zitat Ende. Das ist natürlich ein weiterer Meilenstein. Wenn die Geräteindustrie dann gezwungen wird, Radiogeräte mit digitaler Empfangbarkeit auf dem Markt anzubieten, wird sich diese Technologie auch durchsetzen. Martin Gebrande ist ja auch schon auf das Internetradio eingegangen. Dieses ist definitiv keine Alternative zu Digitalradio. Das Internetradio wurde für die individuelle Kommunikation entwickelt. Da zu jedem Hörer eine eigene Verbindung aufgebaut werden muss, sind die Kosten für die Radiostation ungefähr 40 Mal höher. Auch für die Hörer fallen bei der mobilen Nutzung zusätzliche Kosten an, denn gewöhnliche Flatrates genügen nicht für die benötigten Datenvolumen. Zudem ist es sehr wichtig, unabhängig von Interessen der Internetbetreiber zu sein. Das heißt, es kann ja nicht sein, dass Telefongesellschaften dann bestimmen, was gesendet wird. Medien sind die für die Gewalt im Staat. Und deshalb kann es auch den Behörden nicht egal sein, wer jetzt über die Verbreitungswege bestimmt. Bei großen Veranstaltungen und Krisensituationen hat man schon oft erlebt, dass die Überlastung das Netz zusammenbricht. Bei Terroranschlägen oder Naturkatastrophen ist es aber unabdingbar notwendig, dass die Bevölkerung informiert wird. Und wir brauchen einen europäischen gemeinsamen Standard. DHB Plus kommt mit erheblich weniger Sendemasten aus als die herkömmliche UKW-Technologie. Das heißt, wir haben es mit einer ganz erheblichen Verringerung der elektromagnetischen Strahlung zu tun. Die Kritiker von Mobilfunk und Sendemasten wird das erfreuen. DHB Plus ist eine umweltfreundliche Technologie mit deutlich verbesserten Verkehrsinformationen. Wir können also froh sein, dass wir schon 2011 auf diese Technologie gesetzt haben, die ganze PR darauf abgestimmt haben. Wir hatten also das richtige Händchen und sind hier gut unterwegs. Ich bin der Überzeugung, dass mit einem Empfang überall und leicht das Radio für die Zukunft gerüstet ist und dass wir einen großen Evangelisationsdienst unserem Land schenken können. 20 Jahre haben wir dafür gekämpft. Nun wird es in Wirklichkeit schön, dass Sie mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.